Oh, nein. Hallo, da. Kein Weg. Stopp! Das ist die Polizei. Du musst all deine Loot dropen. Jetzt. Er macht's halt echt. Soll ich dich jetzt einfach klauen und wegrennen? Das war voll gemein. Okay, du hast ein paar Loot-Boys. Okay, aber es ist nichts illegal. Es ist okay. Du kannst es zurücknehmen. Jetzt werden wir gleich merken, ob sie dich erschossen haben vorhin. Nein, haben sie nicht. Was? Ach, eine wundervolle Map, Freundin. Eine wundervolle Map. Wieso Akro? Hast du welche Rooks erschossen? Ja. Okay. Ja, okay. Das hätte ich vielleicht erwähnt sollen. Counter-Action? Boah, ich bin tot. Keine Ahnung von wo. Ding, ne? Wenn der sich nicht zeigt. Huko, soll ich ein Riesen****er sein? Inwiefern? Ich weiß, wo der hin muss. Komm jetzt auf die dunkle Seite. Ah, das ist immer traurig. Boah, jetzt muss ein anderer Spieler dafür leiden, weißt du. Fuck. Ganz einfach. Oh. Oh, der kotzt doch im Strahl, ey. Hey, wenn du das jemals siehst, diesen Clip oder den Stream, es tut mir wirklich leid. Das war so nicht geplant. Okay. Hans hat Streamer Zugang zu den Servern, muss nicht extracten. Ja, man. Ich kann hier einfach mal, guck mal. Ich kann nämlich, ähm, ich kann hier einfach schreiben. Tarkov Streamer Server found in Raid 1. So, das muss eigentlich schon reichen. Wollt ihr mal sehen? So. Das mal schreiben. Und. There you go. Wisst ihr? Survived. Das ist die Macht eines Streamers. Hier ist Single Fire, du. Ich hab deinen Google wo. There we go. Oof. Huh? Kannst du mal was testen für mich? Kannst du diesen Scaffi erschießen? Kannst du ihn auch nicht erschießen, oder? What? Ist hier eine Wand? Was geht? Autsch, was hast du für ein Mund geladen? Mein Bein ist tot. Wo bist denn du gerade? Ich schmeiß noch eine Nate, ich bin noch im Raum, neben dem Sunny. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Ist der jetzt echt weg? Was sieht das denn? Mikko, ich weiß noch nie. Warte, warte. Boah, ihr werdet mich so feiern, wenn das klappt. So. Dann. Willst du jetzt Jungle Smoken, oder was? Dann. So ein Mate hat es nicht viel braucht. Ich muss das TikTok nochmal gucken. Short, shorter. A short. B short. B short. One mil. 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 Fuck! Fuck! Damn! I'm blind. Einer ist gedroppt irgendwo. Ohohohoho, scheiße! Das ist auch crazy. Aimt auf den Rahmen? Okay, das schaffe ich. Du wirst gleich Zeuge von meinem ersten krassen Window Lineup. Das hätte ich sein können. Hopp! Zeig dem jetzt mal wie das geht. Man, meine Lineups gehen auch nicht. Warum hat das nicht geklappt? Der Opferschmied weiß Bescheid. Warum hat das nicht geklappt? Geht halt. Ich hab dich geteamt und du hast dann instant geliebt. Wieso habe ich keinen TP? Fuck! Oh! 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 Nass! Der war hinten, glaube ich. Was steht denn? Oh! 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 Schöner Bait. Schöner Bait. Ja, ich habe mein ganzes Team gebaitet für ein Clip. So macht man das hier. Das macht man so, ja. Boah, ey. Aber die Raze kippt gerade übel. Nice. Oh, nein! Oh, mein Gott. Ich bin so ein Idiot. Wenn, wenn du sie �st. Ähm, ich kann nicht mehr Kugeln. Ich werde sieben. Und du. Nade am sie. Okay. Okay, das nicht funktioniert. Aha! Okay, ich werde bei dir. Komm. Okay, du hast das letzte Kugeln. Komm, komm, komm. Easy! Easy! I can have this money. Okay, GG. GG's. Sol, you didn't have enough Trollkicks. Take this! Is there a attack? Is there a attack? Oh, das ist weg! Das ist weg! I hate this guy. One-tap einfach mit einer normalen Pistole. Was ist denn los? Hab ich halt Eis bekommen oder was? Ah, nee. Also das Ding ist, es ist auch nicht Dark of. In Valorant nennen wir das Skill Issue. Ich hasse den Jungen langsam. Kriegst du jetzt ein Küsschen, Schimmel? Oh, Schimmel. Akzeptiere meine Liebe! Oh, ich krieg ihn nicht. Oh, schade. Hey Hans, ich bin Abonnent. Hallo Grimms. Warte, warte. Ich fahr kurz weiter. Oh, no! Ja, ja, okay. Das ist mein Abonnent geworden. Grimms, wenn du das hier siehst, das tut mir leid. Oh, scheiße. Ich hab's den Abonnent für ihn. Hahaha